Na, Frau Lehrerin, wie sind die Testergebnisse? Teddy, du, mein Freund, bist Legastheniker. Zusätzlich hast du eine Dyskalkulie. Genau das hab ich. Wir sind noch nicht fertig. Zusätzlich hast du wohl ADHS. Das kann nicht sein. Ich hab auf gar keinen Fall Aids. Ich lass mich alle halbe Jahre testen. Mach. Willkommen in der Abendschule. Wir müssen vier Jahre Highschool in ein Semester stopfen. Studiengruppe, Studiengruppe, Studiengruppe! Ja! Ja! Hammer! Ich glaub, seine Mutter hat ihn mit Bier gesteckt. Auch die konventionelle Art zu lernen, wird nicht funktionieren. Warum sind wir in einem Ring? Was ist die Wurzel aus 81? Was? Was ist die Wurzel aus 81? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Die Mutter! Die Mutter! Oh mein Gott! Bei der beißt man auf Granit. Ihr besteht die Zwischenprüfung oder ihr fliegt raus. Wir müssen den Test klauen. Willst du mir erklären, wieso du die Vollsungenzahl erreicht hast? Ich weiß, dass ich nicht die volle Punktzahl hab, weil ich ein paar Fragen absichtlich falsch beantwortet hab. Oh! Verräter leiden später. Was? Ich fahr zur Arbeit. Kommt und holt euch Gottes bestes Hektik. Teddy, das Kostüm, das du da trägst, ist extrem dumm. Ich bin genau da, wo ich hingehöre. In der Fastfoodbude neben einem Stripclub? Wenn ich mich perfekt hinstelle, dann hab ich gleichzeitig Kakaobutter und Fried Chicken in der Nase. Sieht das sofort aus! Du wirst diesen Test schreiten! Wollt ihr euren Abschluss haften? Ja! Machen abgandig! Machen abgandig! Bist du bereit? Ich werde da nicht mitspielen. Wie heißt die Hauptstadt von Belgien? Ähm, Waffel? Was? Das ist die falsche Antwort! Du sollst hierbleiben! Langsam fängst du an zu närschen. Wasser besteht aus Regen. Steck nach! Es ist ein Gas! Zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff! Teddy, total richtig! Das riecht so komisch. Das ist ein Gas. Hast du mir gerade ins Gesicht gefurrt? Ich hab's im Mund, meine Lippen sind schon aufgesprungen. Das ist ein Gas. Untertitelung des ZDF, 2020